So, ihr werdet mitbekommen, es ist ein kleiner zeitlicher Sprung drin gewesen. Es ist ja auch auf einmal jetzt hell, eben war es noch dunkel, ich bin in einer leicht anderen Position. Das hat was damit zu tun, ich habe mal meine Einstellung was geändert. Ihr seht es wahrscheinlich auch in der Grafik, gerade wenn ich mich bewege, müsste es jetzt eigentlich wieder alles besser sein. Ich werde das Video hier nachher auch nochmal überprüfen, ob wirklich alles besser ist, sonst muss ich daran nochmal was drehen. Ich habe einfach nur gemerkt, dass meine Einstellungen für Spiele, die einfach was schneller vonstatten gehen, falsch waren. So, warum hat er sich direkt wieder hingelegt? Er ist aber schnell wieder eingeschlafen. Hier war nichts, hier war es. Ah, Stone. Ach, mit dem wollen wir uns sowieso sprechen. Hier ist doch jemand, hast du nichts zu tun? Dann schlepp Wasser. Hey, ich will nur ein bisschen quatschen. Na wegen mir, aber mach schnell. Äh, wie ist es hier? Kannst du mir was zum Sp... Oh, guck mal. Kannst du mir Schmieden beibringen? Du kannst Wasser schleppen, ich brauche niemanden, der mir im Weg rumsteht. Ich will nicht für dich arbeiten, ich will meine eigenen Klingen schmieden. Hm, das ist unter Piraten nicht gerade sehr verbreitet. Die meisten wollen nur kämpfen. Also gut. Aber du wirst mich dafür bezahlen. Mein Wissen ist kostbar. Okay. Zeig mir deine Klingen. Ei! Ei! Du schickst einen Wasserkopf, Kollege. Ähm, was haben wir? 100 zu verkaufen hätten wir. Hat die dann 20 bis 40 und 10 auf Stichwaffen. Okay. Gerade mit Schätzen laufe ich nicht rum. Ja, hintermesser für... Äh, ja gut. Lohnt sich jetzt mal nicht erstmal. Lago steckt in Schwierigkeiten. Verarsch mich nicht. Ich kenne nur einen Lago. Und der ist nicht auf Takarigua. Ich hab selbst mit ihm geredet. Na, das ist ja ein toller Beweis. Äh. Lago steckt in Schwierigkeiten. Verarsch mich. Ich hab selbst... Na, das ist ja... Ich hab doch die Stiefel. Hä? Ich dachte, die Stiefel sind ein Beweis. Verkaufst du auch Dietriche? Was willst du denn mit nem Dietrich, Junge? Damit rennst du doch nur durch unseren schönen Hafen und plünderst unsere Thronen. Komm schon. Ich brauch nen Dietrich. Solange du mir nicht sagst, wofür du das Ding brauchst, bekommst du gar nichts von mir. Lago steckt... Verarsch mich. Ich hab selbst... Na, das ist ja ein toller Beweis. Verdammt! Scheiße! Muss ich dann doch irgendwie die Mütze oder diesen... komische... diese komische Perle bekommen? Ah, geil. Pirat. Pirat. Na, ist egal. Dann machen wir das zumindest schon mal mit der Karte, wo wir jetzt schon hier sind. Hey, was machst du hier? Ich bin auf der Suche nach Stahlbart. Dann sieh zu, dass du bei ihm aufs Schiff kommst. Wir haben schon genug Piraten, die sich hier niederlassen. Wenn Stahlbart ablegt, werde ich dabei sein. Gut, solange du hier bist, kannst du saufen. Also geh zur Buß und hol dir nen Rum. Was kannst du mir über Buß erzählen? Junge, du bist nicht von hier, was? Buß ist der Mann mit dem Rum. Und der Mann mit dem Rum ist der Mann mit dem Gold. Er hat das alles hier aufgebaut. Und er bezahlt mich, damit ich darauf aufpasse. Und ich mag Gold. Kapiert, was ich meine? Nein. Und ich denke, du magst auch Rum. So, gut. Morris. Hey, neu hier, was? Ich bin Morris. Einer von Stahlbart's Männern. Was machst du hier? Nicht viel. Ohne Gold gibt's keinen Rum, keine Huren, gar nichts. Also hänge ich ein bisschen Rum und halte die Augen auf. Erzähl mir was über Takarigua. Dieses Nest hier ist die größte Brennerei der gesamten Südsee. Früher hat das sogar mal was bedeutet, aber heute... Früher war alles besser, hm? Nicht alles. Aber Buß sitzt auf seinen Rumvorräten, als gäbe es bald nichts mehr. Und das war früher nicht so. Und ich musste nachts nicht aus dem ersten Stock springen. Was hast du getan? Ich wollte mir ein paar Flaschen Rum aus der Brennerei besorgen. Hab mich nachts hochgeschlichen. Aber Alistair, der alte Sack, hat mich erwischt. Ich konnte gerade noch über den Balkon entkommen. Schätze, das war Pech. Das kannst du laut sagen. Nicht nur, dass ich jetzt auf dem Trocknen sitze, Ich hab auch meine halbe Ausrüstung verloren. Und ich hab nicht mal was, das ich bei Flanagan zu Gold machen kann. Aber warte, wenn ich den erwische, der jetzt mit meinen Klamotten rumrennt. Willst du noch mal nachts rein? Auf keinen Fall. Ich bin zu laut und zu ungeschickt. Aber ich habe einen Plan, wie es jemand machen könnte, der sich darauf versteht. Lass es mich versuchen. So? Hoffentlich bist du leiser als ich. Sonst wird's dir wie mir ergehen. Weißt du was? Ich verkauf dir meinen Plan für wenig Gold und du kannst die Beute behalten. Was ist das für ein Plan? Ein guter. Na schön, du neugieriger Naseweiß. Mein Plan beruht auf Heimlichkeit. Wenn du das nicht drauf hast, kannst du dich auch gerne durchprügeln. Aber das ist nicht besonders stilvoll. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich habe aber keinen Bock, dein Plan jetzt für 100 Gold zu kaufen. Soll ich hier nicht hochklettern? Ne. Was haben wir denn hier? Oh ne. Ich bin kein Waffenschmied. Oh man, Bunnies Haus. Waffe. Rot. Drinnen wollte. Passt doch. Haben wir jetzt schon mal ein bisschen... Du kannst schon mal mit Bunnies nachdem wir ihn ausgeraubt haben. Was hast du gesagt? Ah, gar nichts. Handelst du mit Pistolen? Du musst mir nach links sprechen. Rechts höre ich nicht mehr so gut. Hast wohl zu viel geballert, wie? Ich bin Barney. Wenn du was über Pistolen wissen willst, ich weiß es. Zeig mir mal, wie ich Pistolen baue. Kannst du mir zeigen, wie ich eine Pistole baue? Ich habe es ordentlich krachen lassen. War jahrelang kanonieren. Hast wohl auch mal eine Kugel auf den Kopf gekriegt. Und wie? Aus einem Stück Eisen mache ich eine zuverlässige Pistole. Was muss ich über Pistolen wissen? Was muss ich über Pistolen wissen? Wie auch immer. Jetzt erzähle ich dir mal was über Pistolen. Pistolen benutzt man nur im Nahkampf. Es gibt zwei Arten. Die einen verschießen Bleikugeln, die anderen Schrot. Schrot hat eine geringere Reichweite, aber eine größere Streuung. Ich sage, beides mal ausprobieren. Ja. Kann ich hier irgendwo schießen? Was? Natürlich nicht. Aber mal was ganz anderes. Willst du rauszünden, wie gut du mit der Pistole bist? Genau das habe ich doch gerade gefragt. Pass auf. Ich werfe dir ein paar Sachen zu und du versuchst sie zu treffen. Du hast zehn Schuss. Ach, und noch was. Wenn du dreimal hintereinander keinen Schuss abgibst, hören wir auf. Okay, Schießtraining. Und schon geht's los. Nein. Nein. Äh, hopp. Mann. Das klappt echt nicht. Ah, getroffen. Daneben. Gewonnen? Was habe ich gewonnen? Lass mich eben zählen. Ein Treffer. Immerhin. Mach mal noch eine Runde. Okay, machen wir noch eine Runde. Komm, das muss doch besser gehen. Und schon geht's los. Und schon geht's los. Eins, zwei, drei und los. Nein. Mann. Das war richtig daneben. Aha. Aha. Shit. Okay, drei. Vier. Fünf. Unglaublich. Wuhu. Inkritik. Lass mich eben zählen. Das war doch schon ganz ordentlich. Schön. Noch einmal, dann wird's Zeit für den Einsatz. Okay. Und schon geht's los. Na, gucken wir mal. Ah. Shit. Ah. Nein. Scheiß. Ich finde ich kein guter Schütze. Auch komm, lass mich hier so einmal treffen. Ja. Unglaublich. Gut. Lass mich eben zählen. Ja, es ist nicht. Immerhin hast du ein paar getroffen. Alles klar. Du weißt jetzt, wie es geht. Ich will schießen. Ich will schießen. Was? Pass. Pass auf. Du kannst jederzeit schießen. Training kostet zehn Gold. Wenn du mehr als vier triffst, gibt's das Gold zurück. Schaffst du zehn Treffer, lass ich was springen. Und wenn du richtig was gewinnen willst, kannst du auch mal flotten schießen. Wie funktioniert flotten schießen? Ganz einfach. Dreimal zehn Schuss hintereinander. Beim ersten Mal musst du fünf Treffer landen, beim zweiten sechs und beim dritten sieben. Wenn du das schaffst, kriegst du fünfhundert Goldstücke. Und der Einsatz ist auch nicht so hoch. Mhm. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, das würde in die Hose gehen. Ich will eine Pistole haben. Glaub mal ja nicht, dass du mir meine Sachen klauen kannst. Ich krieg immer noch alles mit. Dir haben sie aber ganz ordentlich eine verpasst, hm? Ich bezahle auch dafür. Ich bezahle dich, ja. Ich bezahle dich. Ja, ja. Ich verstehe dich schon. Sag mir einfach, was du brauchst. Ich will auch nur eine Pistole. Zeig mir deine Waren. Brauchst du Munition? So, eine Schrotpistole. Okay. Nachleiter, drei Sekunden, zwanzig Sekunden. Pistole, fünf. Aha, aha, aha. Okay. Kugeln, hundert, Schrot, aha. Ja, gut. Das ist momentan noch leicht unerschwinglich für mich. Und irgendwie habe ich das Gefühl, beim Flottenschießen werde ich jetzt nicht so abräumen. Deswegen gucken wir doch erstmal, was wir hier noch so erbeuten können. Hey, komm mal rüber. Hey, na gut. Hast du eine Schaufel? Bei mir findest du alles, was du brauchst. Wenn du kein Gold hast, nehme ich auch dein altes Zeug. Zeig mir deine Ware. Salz, Brand, äh, altes Kopf, hochgestreiftes Kopftuch, einfach sein, bla 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 bla. Alte Hose, Schädel, Ring, Fackel. Spitzhacke. Und, hundertfünfzig für eine verdammte... ...hundertfünfzig. ...hier, jetzt irgendwie noch... ...zeehen... ...hier... ...hier... ...ah, ja, Karaffe. Sehr schön. Hol ich mir mal eine Spitz... ...sacke. Die kann man ja immer brauchen, hätte ich eben nämlich auch das Erz abbauen können, aber was sonst... Woher kriegst du deine Waren? Die meisten Typen sind bereit, alles zu tauschen, nur um sich rumzukaufen. Und wenn ich alles sage, dann meine ich auch Hemden und Hosen. Ja, okay. Dachte ich mir irgendwie schon, dass du alles handelst. Ups, ne, ich muss hier... ...Ausrüstung, ne. Inventar, Ausrüstung, so. Kopf, Beine, Füße, dann hab ich hier noch die alten Stiefel. War sonst noch was? Nö, dürfte ich ja eigentlich nichts haben. Ring, na, alles, okay. Plunder. Brief. Geschafft. Geschafft, eine Peri. Sehr schön. Gucken wir mal, woran geht's hier? So, setzen wir uns doch einfach mal... ...den schicken Hut auf. Mit dem ich viel besser am Einschüchtern bin. So. Ich schleiche jetzt einfach mal hier nach. Raus hier. Na gut. Schub. Mach, dass du wegkommst. Okay, das ist wahrscheinlich wieder so ein Ort, wo ich besser bei Nacht wiederkomme. Ich verspreche... Raus hier. Ich wollte dich doch nur ansprechen. Na gut, okay, ihr seid echt im Fass. Ja, geh nur. Alles klar. So, und jetzt mal... ...gucken. Der steht da, aber der steht jetzt da direkt vor der Tür. Ja, kann ich vergessen. Muss ich wohl noch mal bei Nacht wiederkommen. So, hier runterspringen ist, denke ich mal, nicht so gesund. Und ich... ...hier... ...hup, hup, 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 hup. Patty, Patty, endlich! Du hast mich sitzen lassen. Aber... Aber was? Aber ich habe dir einen Sack voll Gold da gelassen. Du lässt einen Sack voll Gold da und glaubst, du kannst dich verdrücken? So einfach lass ich dich dieses Mal nicht davon kommen. Ich habe gar keine Wahl. Ich muss wieder auf See. Du willst mich wieder zurücklassen? Bin ich dir so wenig wert? Wenn Mutter das wüsste. Lass deine Mutter aus dem Spiel. Hör zu, ich kann dich nicht den Gefahren aussetzen. Und dann willst du mich alleine lassen? Ist es dir lieber, wenn ich zur Hure werde? Ähm, na schön. Vielleicht hast du recht. Willst du denn mitkommen? Oh, Papa! Natürlich will ich mit. Na schön, dann. Willkommen an Bord! Oh, Papa! Wer ist der Kerl? Du hast dir doch keinen Waschlappenhaus gesucht. Ich dachte, er kann bei dir anheuern. Das entscheide immer noch ich. Kann er denn was? Er steht hier, direkt vor dir. Mund halten! Mund halten! Wenn er unter Beweis stellt, dass er als Pirat was taugt, kann er anheuern. Und wehe, du hilfst ihm dabei. Wenn dein Freund mit will, wird er den Schwur leisten. Warum nur er? Ich schwöre auch. Das lassen wir mal schön bleiben. Hör auf, mich wie ein Kind zu behandeln. Du bist meine Tochter. Ach, auf einmal bedeutet dir das was. Es hat mir... Ach, vergiss es. Trinken wir lieber. So. Du hast dich also an meine Tochter rangemacht. Jo. Das ist eure Sache. Aber du bist bestimmt nicht hier, um Inquisitionsschiffe zu kapern. Also, was willst du? Ich suche die Waffe gegen den Kraken. Genau wie ich. Und was hast du mit der Waffe vor? Ich werde das Mistvieh zur Strecke bringen. Gut gesprochen. Aber die Titanen-Harpune ist nicht nur eine Waffe gegen den Kraken. Sie ist eine Waffe gegen Mara selbst. Äh... Was, die hat die Titanen-Harpune wahrscheinlich einer? Die... Titanen-Harpune. Sie ist einer der Titanen-Lords. Und der, der zur Zeit die Waffe trägt, dient ihr. Wenn wir ihn uns vornehmen, wird sie nichts unversucht lassen, uns zu töten. Ich kann's kaum erwarten. Was genau ist die Titanen-Harpune? Das Wichtigste ist, ich weiß, wer sie hat. Und ich weiß, wo wir ihn finden. Doch es wird kein Spaziergang, sie zu holen. Also werde ich dich nur mitnehmen, wenn ich davon überzeugt bin, dass du ein Teufelskerl bist. Oh. Äh... Wie kann ich dich überzeugen? Reicht es, wenn ich dir sage, dass ich einen Feuertitan besiegt habe? Oder muss ich mich prügeln, saufen und Schätze finden? Das ist schon mal ein guter Anfang. Wenn du es irgendwie schaffst, dass wir endlich unseren Rum auf Schiff kriegen, bist du schon so gut wie an Bord. Äh... Okay. Okay. Deine Tochter vertraut mir. Und er war in Puerto Saccarico. Welchen Weg hast du eingeschlagen? Durch den Dschungel oder über den Pass? Äh... Den Dschungel? Den Dschungelweg. Den gefährlichen also. Ha! Das spricht für dich. Obwohl du da mit Patty unnötigen Gefahren ausgesetzt hast. Verdammt. Wie sieht's aus? Nimmst du mich an Bord? So, dann lass mich mal nachdenken. Dass meine Tochter dich mag, macht dich noch nicht zu nem Teufelskerl. Du siehst der Gefahr ins Auge. Was ist jetzt? Das reicht mir noch nicht. Wir sind ja noch ne Weile da. Lass dir was einfallen. Beeindrucke mich. Äh... Okay. Es hat mir... So, Logbuch. Kopfkohl, Piratenpost. Äh... Rockerford will, dass er hinbriecht. Ja... Aber zu welchen Piraten? Worauf trinken wir? Auf die Schätze dieser Welt! Darauf trinke ich. Gut. Äh... Ja, viel Spaß, haus auf ihr Süßen. Ich guck mich mal in der Zeit hier um. Äh... Ja... Hier gibt's ja richtig viel. Ähm... Verschlossene Kiste, mal hin. Ich brauch echt mal Dietrich langsam. So. Worauf trinken wir? Auf die Seele! Achso. Darauf trinke ich. Ihr trinkt auch auf alles. Na gut, warum nicht? Ähm... So. Ninja-Roller. Ein... Trink dir in Rom und amüsier dich mit Holly. Ich hoffe, dass Holly das Weib da ist und nicht der bärtige Typ. Ah, ein neues Gesicht. Ja. Willkommen in Takarigua. Was führt dich her? Ich hörte, ihr habt ganz guten Rum. Da hast du richtig gehört, Junge. Hier, die erste Buddel geht auf mich. Ah, sehr schön. Wie stehst du zu Stahlbart? Ha, der alte Alunke ist ein übel riechender Halsabschneider. Ein rumsaufender Plünderer, ein todesverachtender Kämpfer. Aber... Ja? Aber trotzdem hab ich keinen Rum für ihn. Mmmh. Vielen Dank.